Das ist ein Film, du machst so einen voll lustig. Du machst lustig. Ist das jetzt an? Ja, das ist an. Ist auch angezeigt. Das ist eine geile Ampel. Das ist voll geil. Das steht normal. Schau, die Ampel. Die braucht 3 Sekunden. Die andere da hinten braucht 10. Siehst du gleich. Also 7 Minuten. Im Vergleich so. Ich hab meine Prostaschaft geschlafen. Ey, das ist alles Coffey-Running-Tür. Vorn oben rechts sind vorne unten. So eine Coffey-Running-Karte. Eingerollt. Bing, 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 bing. Mit so kleinen Trump. Bing, bing. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Verstehst du? Ja. Man, die kriegen gleich einen ganzen Container, in den sie wohnen können. Ich leb in nem Keller, in so nem kleinen Zimmer, Alter. Schon, gell? Hehehe. Da hab ich aus dem Bild gesehen, sowas. Boah, die auf die Kranzer waren. Beladen mich. Hörst du trinken? Ich hab' auch noch mit, gell? Mit viel Autos geladen mich. Hehehe. 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 Ich hab' eine größere Wohnung als ich. Hehehe. Hehehe. Ich hab' mich auf was besitzen, ne? Ich zahl' nichts. Ich glaub' das sei nichts. Genau, das ist total, oder? Ja, aber 472. Ich darf nicht versichert sein. Ich muss versichert sein. Dann bin ich in Armut. Und wenn ich nicht mehr zahlen kann, bin ich Verbrecher, weil ich nicht mehr zahlen kann. Verbrecher, nichts zu zahlen. Ja, weil du kriegst halt wo hin, wenn du das Zeug nicht zu weit sind. Ja, das ist nicht die Verordnung, wenn ich nicht mehr zahlen kann. Was braucht man, oder? Warte. Das ist gefangen. Das stimmt, wird man nicht verantwortlich gemacht, oder? Ja, ist okay. Ich krieg' jetzt mal dran, ne? Du musst gezahlen. Ja, du hast nicht gezahlt. Es wird erhöht, schon werden erhöht. Und irgendwann dann, okay, du hast noch nicht gezahlt. Und dann kommt sich weg in die Welt. Und dann kommt sich weg in die Welt. Das stimmt. Das stimmt. Was ist denn, wenn du keine Wohnanschrift hast? Was machen wir? Was ist denn, wenn du keine Wohnanschrift hast? Das ist jetzt nicht verpflichtend, dass du eine Wohnanschrift hast. Das ist jetzt keine Ahnung, was passiert war. Was passiert? Was ist denn? Ja, an der alten Wohnanschrift. Ja, an der alten Wohnanschrift. Sagt, was ist das für Scheiße? Ein verbrennendes Wohnanschrift. Sehr schön. Ich hab auch noch von dem anderen Wohnanschrift. Man kann nicht sehen wollen. Warum? Das ist auch nicht gut. Ey, geh mal wieder besoffen, ey. Der Stromkästner. Ich fülle im Kino, das ist Hauptkopie. Wann vom Kino kopieren, ist auch schon Hauptkopie. Hauptkopie. Räuber kopieren. Warte mal, du musst gar nicht auf die Karte direkt sein. Ja, warte mal. Hä? Hast du schon wieder? Diese Schuld hast du gemacht? Ja, das ist Tausende. Hauptkomplex oder so. Wow, klasse. Da ist das für Plastika von deiner Karte. Da ist es so schön. Ja. Aber es gibt immer noch die PKK noch. Stell dir vor, ja, ja. Digitales Geld wäre echt so Plastika hoch. Entschuldigung. Da muss jemand mehrere Plastikkarten zu bezahlen. Du musst die Plastikkarte aufladen, dann muss ich nicht. Jede Plastikkarte darf nicht mehr als 15 Euro. 15,73 Euro. 15,73 Euro. Das ist das Beste. Weil jeder sagt immer so die Scheiße. Jeder macht es dann, weil es jeder machen muss. Dann kannst du halt jeder 15,73 Euro mit jeder Karte so. Ja. Du kannst sie nur bis dahin aufladen. So nachgehen auch nicht. Ich hab mich auch für was. Ja, man tut statt mit einer Plastikkarte bezahlen, mit verschiedenen Plastikkarten bezahlen. Karte bezahlen. Du darfst sie... Ja, Kreditkarte und Bankkarte. Genau. Aber das wird dann abgeschafft, weil halt... Schlag. Und dann darfst du den halt nur noch mit diesen Karten einzeln. Du darfst sie auch da einzeln. Also du darfst nur 15,43 Euro machen. Oh. Verstehst du? Wo ist das? Genau. Gerde. Und ich setze dich dann offiziell durch. Und dann kommt jemand an, der Merkel sagt, System makes sense, because I... I'm a woman. Genau. Jetzt kann ich endlich wieder behindert sein. Puh. 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 Ich brauch einen Zug für mein Bier. Puh. Puh. Das fallen Bäume runter vom Westphal. Du pflanzst Bäume und schnallst sie auf und dann auf den... Halt, Lawinengefahr. Da fallen die ganzen Sicherungen runter, die dich schützen sollen vor der Lawine. Die Lawine bleibt oben. Die ist aufgesichert. Schnee fällt zuerst runter, dann fallen die Sicherungen runter. Auf den Schnee und die Leute wurden geschützt durch den Schnee, der voll auf sie gefallen ist. Lawinen sind gut. Lawinenlifes matter. Da kannst du arm werden. Armut zum Lopps. Einfach steht da. Also tu arm, aber lächeln. Fuck. Scheiße. Ich schau nicht deine Nummer, aber sag mir dann. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.